Genauso wie wir auch schon Ostern gefeiert haben, ist eins sicher, Weihnachten wird gefeiert. Es wird anders, als wir es sonst kennen, aber es wird trotzdem gut. Ich finde, der Gedanke ist so schön, dass eigentlich jeder und jede, der von Weihnachten und von der Geschichte berührt ist, die auch weitergeben kann auf so eine ganz eigene Art. Und dann kommen da noch mal Menschen zusammen, die sich vielleicht auch einfach freuen, wieder zusammenkommen zu können, irgendwie draußen auf einem Feld oder so. Was wir als Kirche haben, ist, dass Weihnachten ganz viel mit Gefühl zu tun hat und was Hoffnungsvolles einfach ist. Und ich glaube, das tut gerade allen Leuten in jeder Situation gut, dass man sich so ein bisschen an das Schöne erinnert, wie Weihnachten so ist. Und das ist was fürs Herz und fürs Gefühl. Und ich gehe mit einem guten Gefühl und einer frohen Botschaft im besten Falle dadurch die Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannste glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christin Ladermann und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, der Advent hat begonnen und Weihnachten steht sozusagen vor der Tür. Für viele ist es ja die schönste Zeit des Jahres. Musik und Konzerte, Weihnachtsmarktbesuche, Weihnachtsfeiern natürlich auch. Das alles gehört dazu. Eigentlich. Denn nicht in diesem Jahr. An der Corona-Situation hat sich nämlich leider nicht so viel geändert. Das Virus ist nach wie vor da und bestimmt gerade jetzt im Winter, wo es auch noch mal kälter ist, wieder unseren Alltag und unser Zusammenleben wieder stärker. Das hat natürlich auch Auswirkungen für die Kirchen. Denn hier liegt ja der Ursprung für diese Zeit. Also Advent, das heißt für uns Christen, warten auf die Ankunft Jesu in dieser Welt. Und an Weihnachten dann feiern, dass er da ist. Aber wie kann das in diesem Jahr gehen, wo wir auf so vieles verzichten müssen? Und damit meine ich einmal so die ganz praktische Seite. Denn das, was stattfindet, da müssen wir natürlich irgendwie gucken, wie können die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden, ganz klar. Aber wie kann das gehen? Das meine ich auch emotional. Also was tut uns gut in dieser Zeit? Bei mir zu Gast ist heute Sonja Stratmann. Sonja ist Pastoreireferentin und Sinnfluencerin des Bistums. Sinnfluencerin, das ist abgeleitet von Influencerin. Und das bedeutet, dass Sonja auf ihrem Instagram- und Facebook-Kanal aus ihrem Alltag als Pastoreireferentin, als Schulseelsorgerin in Bocholt berichtet und ihre Follower am ganz normalen Alltag eben teilhaben lässt. Sie nutzt ihre Kanäle aber nicht nur dafür, sondern positioniert sich dort auch immer mal wieder zu bestimmten Themen, die die katholische Kirche betreffen. Und das sind natürlich auch nicht immer nur leichte Themen. Heute ist sie hier und spricht mit mir darüber, wie wir Advent und Weihnachten in dieser Zeit gestalten, feiern können. Hallo Sonja, schön, dass du da bist. Hallo Anne-Christine, danke für die Einladung. Sogar hier im Studio ganz präsent, aber natürlich mit ganz viel Abstand. Wir haben noch ein bisschen umgebaut, aber wir können uns sehen und sind beide hier. Das ist schön. Bist du schon in Adventsstimmung? Naja, so ein bisschen ist es, glaube ich, beruflich bedingt schon vor Advent immer, dass man sich in Adventsstimmung versetzen muss. Wir überlegen ja schon gefühlt im Sommer, wie wir den Advent gestalten können. Und da in diesem Jahr nichts so klassisch abgespult werden konnte, ja, gab es da schon viele Überlegungen vorab. Und es kam schon ein bisschen dieses Feeling von Advent auf, wobei das in der Seelsorge oft auch ein Feeling von Stress ist. Positiver Stress, weil es Spaß macht, aber weil doch einfach viel ist, woran man denken muss, worauf ich achten muss, was ich zusammenbringen muss. Von daher bin ich beruflich in Adventsstimmung. Und weil man im Moment so viele Abende zu Hause sitzt, habe ich auch schon erstaunlich früh meine Wohnung ein bisschen adventlich dekoriert, und ja, um es da ein bisschen nett zu machen, das geht. Gute Voraussetzung, weil gerade in diesem Jahr ist die Adventsstimmung ja so ein bisschen besonders herausgefordert im Vergleich zu anderen Jahren. Genau, das stimmt. Ja, eins der wenigen Dinge, die Corona nicht verändert hat, das ist ja die Tatsache, dass wir auch in diesem Jahr am 24. Dezember Heiligabend feiern werden. Oder siehst du das anders? Das stimmt. Genauso wie wir auch schon Ostern gefeiert haben, ist eins sicher, Weihnachten wird gefeiert. Und ja, es wird anders, als wir es sonst kennen. Aber ich bin sehr dazu übergegangen, zu sagen, es wird zwar anders, aber es wird trotzdem gut. Und wir werden nach kreativen Lösungen finden, Weihnachten zu feiern und dafür zu erzählen, dass Gott in unserer Welt gegenwärtig ist, mit allem, was diese Welt gerade irgendwie bestimmt. Das ist super, dass das bleibt. Das hat sich nicht verändert. Aber genau, wie du schon sagst, die Art und Weise hat sich verändert. Also wie wir dieses Jahr auf jeden Fall auch Weihnachten feiern werden. Weihnachten und katholische Kirche, da kann man ja eigentlich schon so ein bisschen von alle Jahre wieder sprechen. Nämlich alle Jahre wieder sind die Gottesdienste so super gut besucht, dass es richtig, richtig eng wird in den Kirchenbänken. Das wird dieses Jahr anders sein, denn Corona mit Abstands- und Hygieneregeln verhindert das natürlich. Aber es gibt Alternativen. Die Pfarreien sind super kreativ geworden. Wir haben uns da auch ein bisschen mal umgeschaut. Du auch mal, da sprechen wir gleich nochmal drüber und werfen da so einen Blick in die Fläche. Aber vielleicht erzählst du erst mal, du gehörst ja zum Seelsorgeteam der Pfarrei Liebfrauen in Bocholt. Was habt ihr euch überlegt? Wie seid ihr da dieses Jahr drangegangen? Wie waren da so die Überlegungen? Genau, also so eine Grundüberlegung ist, dass Weihnachten nochmal wirklich die Herausforderung für uns bringt, dass wir da Menschen erreichen, die wir sonst gar nicht so in der Regelmäßigkeit erreichen. Also viele Leute, die ihre Eltern besuchen oder ihre Großeltern und sagen so, an Weihnachten gehört für uns ein Gottesdienst irgendwie noch dazu. Auch wenn sonst nicht mehr unseren Wochenrhythmus und unseren Sonntag bestimmt. Und da hatten wir so die Überlegung, dass es auch ohne Enttäuschung vielleicht nicht gehen wird, weil die Plätze begrenzt sind, aber dass wir doch möglichst breit aufgestellt sein wollen, um zu sagen, für denjenigen, wo ein Gottesdienst dazugehört, wollen wir zumindest versuchen, eine Möglichkeit zu bieten. Und das muss dann gar nicht der ganz klassische Eucharistiefeier, die klassische Eucharistiefeier sein, sondern gerne kurze Möglichkeiten, wo die Leute nicht so lange im zu kleinen Kirchenraum sind, sondern eher ein Wortgottesdienst mit kreativen Elementen, die vielleicht im Vorfeld aufgezeichnet werden und eingespielt werden. Also da nochmal zu gucken, Gottesdienst auch einfach ein bisschen anders zu gestalten und ein bisschen kürzer, kreativer, freier. Das sind ja auch wirklich die Fragen, vor denen ja viele Verantwortlichen in den Pfarreien dieses Jahr stehen. Also ganz klassisch einfach organisatorische Fragen. Denn man will ja gerade in diesem Jahr auch den Menschen, die Weihnachts- oder möglichst vielen Menschen, die Weihnachtsbotschaft mitgeben. Und deswegen steht man vor diesen Fragen. Das kann man machen. Habt ihr euch da schon was Konkretes denn überlegt? Genau. Also wir wollen unter anderem nicht nur den Kirchraum nutzen, sondern Möglichkeiten, die Weihnachtsgeschichte unter die Menschen zu bringen an anderen Orten. In Bocholt wird es einen Autokino-Gottesdienst geben. Unter anderem wird auch einer als Gottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene gestaltet am zweiten Weihnachtstag. Sonst ganz klassisch auch mit Live-Musik auf der Bühne und einem Priester oder einem Pastoralreferenten, der diesen Gottesdienst feiert. Und es wird dann live in die Autos der Leute übertragen. Vorteil ist auf jeden Fall Sicherheitsabstand, aber trotzdem das Gefühl von, wir sind hier irgendwie zusammen und sitzen nicht, wie es bei einem Stream oder so ganz klassisch ist, allein in unserem Wohnzimmer und sind auf uns verwiesen, sondern wir können nach links und rechts gucken und da sind Menschen, die mitfeiern und mitbeten. Ja, und sich von der Botschaft vielleicht ein bisschen begeistern lassen. Okay, Autokino, cool. Das ist ja auch schon ein erprobtes Modell vom Frühjahr. Abschlussgottesdienste für Abiturienten oder so haben ja auch schon vielfach im Autokino stattgefunden. Ich bin ein bisschen gespannt, ob es in der Kälte auch geht. Deswegen ist, glaube ich, die Bemühung sehr, die Gottesdienste möglichst kurz zu halten. Okay, das ist was anderes, als es im Frühjahr war. Das stimmt natürlich. Aber es ist ein Versuch wert, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ein bisschen Gemeinschaftsgefühl kommt da vielleicht nochmal eher auf als im Livestream. Auch wenn das natürlich auch eine gute Alternative ist. Also Autokino haben wir jetzt gerade gehört. Das ist eine Möglichkeit. Wenn wir uns nochmal umschauen, habe ich entdeckt, zum Beispiel in Aalen, da werden Gottesdienste im Fußballstadion gefeiert. Auch einfach mit dem Ziel, möglichst viele Menschen teilnehmen zu lassen. In vielen Vereinen finden außerdem Gottesdienste natürlich draußen im Freien statt. Das ist, glaube ich, die perfekte Lösung, um irgendwie den besten Schutz zu gewährleisten. Dafür werden auch oft schöne Orte ausgesucht. Wie Münster zum Beispiel, der Schlossgarten. Das ist natürlich auch ein schönes Ambiente, wenn man so einen schönen Ort sucht. Was haben wir noch gefunden? An vielen Orten feiern die katholische und die evangelische Gemeinde zusammen dieses Jahr. Das ist vielleicht nochmal eine Gelegenheit, auch so die Ökumene nochmal stärker in den Vordergrund zu stellen, als das sonst vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall war. Ja, und in ganz vielen Vereinen werden natürlich einfach die Frequenz der Gottesdienste erhöht, damit man möglichst viele Menschen die Gelegenheit gibt, teilzunehmen. Die Feiern werden einfach verkürzt, aber auf jeden Fall gibt es in ganz vielen Vereinen mehr Gottesdienste, als er sonst der Fall ist. Aber vielleicht, das hast du gerade schon so angedeutet, ist Gottesdienst ja auch nicht alles. Also vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, irgendwie die Weihnachtsbotschaft zu übermitteln. Genau. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile ganz kreative Möglichkeiten, irgendwie mal zu schauen. Oft funktioniert es übers Internet. Da gibt es Angebote von guten Impulsen, die Seelsorgerinnen und Seelsorger mitgeben. Ich habe zum Beispiel jetzt für die Schulen, wo ich als Schulseelsorgerin tätig bin, schon im Vorfeld einen Adventskalender entwickelt, der über Instagram kommen soll. Ich bin mal gespannt, wie viele Schülerinnen und Schüler sich den ansehen. Aber das sind so Angebote, die, glaube ich, ganz gut unkompliziert gehen, um Menschen einfach nochmal ein bisschen auf Advent und Weihnachten einzustimmen und von dem zu erzählen, was jedem Einzelnen so an Weihnachten wichtig ist. Es gibt da, glaube ich, auch, wo du gerade sagst Adventskalender, es gibt auch in vielen Vereinen das Angebot von so Adventstüten, die man jetzt bekommt, oder die man jetzt bekommen hat am ersten Advent sozusagen, die einen durch die Zeit begleiten sollen. Das finde ich auch ein ganz schönes Angebot. Genau. Da gibt es nochmal so das Unterschiedlichste drin, auch an Impulsen, an Gottesdienstvorschlägen vielleicht oder einfach nur an Anregungen und kleinen Geschenken, wie Kerzen, die man sich zu Hause anmachen kann oder Bastelvorlagen vielleicht für die Kinder. Wir haben das bei uns in der Pfarrei als Weihnachtstüte, also werden das zu den Weihnachtstagen und Weihnachtsgottesdiensten nochmal rausgeben. Ja, da gibt es auch einiges. Also es gibt eben auch verschiedene andere Formen außerhalb von Gottesdiensten, Advent und Weihnachten zu gestalten. Nochmal einen Blick auf Weihnachten oder auf Heiligabend fand ich es ganz interessant. In Selm zum Beispiel wird es tatsächlich 40 Stationen der ganzen Stadt verteilt geben, um an Heiligabend die Weihnachtsgeschichte vor allem auch familiengerecht zu übermitteln oder das irgendwie aufzuarbeiten. Das finde ich auch schön. Genauso wie in Dülm wird es sogenannte Hirtengänge geben. Immer so 20 Minuten, in denen man durch die Stadt laufen kann und an diesen Stationen wird dann diese Weihnachtsgeschichte erzählt. Ist auch eine Form. Was anderes als Gottesdienst auf jeden Fall. Genau. Lässt, glaube ich, die Weihnachtsgeschichte nochmal ganz anders erleben. Und ich bin noch irgendwie drauf gestoßen in Fehlen. Der Kollege Jürgen Schulze-Herding dort und der Pfarrer haben das angekündigt sogar im WDR. Deswegen bin ich wahrscheinlich darauf aufmerksam geworden. Die haben eingeladen, dass Ehrenamtliche in der Gemeinde die Gottesdienste leiten und dann jeweils für die Nachbarschaft oder für die Freundeskreise. Und die können sich halt Materialien als Hilfestellung abholen oder ganz frei die Gottesdienste gestalten. Und ich finde, der Gedanke ist so schön, dass es vielleicht gar nicht nur darum geht, was wir als Hauptamtliche in der Kirche immer so machen, sondern dass eigentlich jeder und jede, der von Weihnachten und von der Geschichte berührt ist, die auch weitergeben kann auf so eine ganz eigene Art. Und dann kommen da nochmal Menschen zusammen, die sich vielleicht auch einfach freuen, wieder zusammenkommen zu können, irgendwie draußen auf einem Feld oder so und können gemeinsam Weihnachten feiern. Das fand ich auch nochmal eine nette Idee und war begeistert davon, dass sie offensichtlich sehr viele Leute gefunden haben, die sich das vorstellen können und sich da einbringen. Super, auf jeden Fall. Vielleicht ist das ja auch was, was auch nach Corona bleibt. Irgendwie dieser Gedanke, ne? Genau. Das wäre tatsächlich eine große Hoffnung von mir, dass sich viele Menschen ermutigt fühlen, von dem zu erzählen, was sie bewegt. Also das ist immer was, was mir wichtig ist, zu sagen, jeder und jede kann von dem erzählen, was ihr im Glauben wichtig ist. Das können nicht nur wir, die dafür angestellt und bezahlt sind. Und da noch gerne nochmal Mut zu machen, zu sagen, das muss jetzt nur, weil irgendwann Corona vielleicht im Griff ist, nicht abbrechen. Wir können gerne in kleinen Gemeinschaften irgendwie weiter feiern und weiter über das sprechen, was uns wichtig ist. Und um auch selber nochmal so ein Zeugnis zu geben, also ohne dafür bezahlt zu werden, wie du schon sagst. Genau. Ja, da ist also echt eine Menge dabei. Wir hören das hier schon, dass viele Vereine sehr, sehr kreativ geworden sind. Eine Idee möchte ich nochmal herausgreifen. Und zwar, was ich super interessant fand und irgendwie den Hintergedanken auch. In einigen Vereinen wird es, zum Beispiel in Borken oder in Nordwalde, finden an Heiligabend Gottesdienste in der örtlichen Reithalle statt. Natürlich mit dem Hintergedanken, möglichst viele Menschen wieder irgendwie dabei zu haben unter den geltenden Schutzmaßnahmen. Aber auch Reithalle, weil das natürlich der Ort ist, der so dieser ursprünglichen Stallszene, in die Jesus ja geboren wurde, am nächsten kommt. Das fand ich irgendwie schön. Ja, das stimmt. Das finde ich auch einen super spannenden Gedanken. Ich finde, diese Corona-Zeit ist für jeden und jede irgendwie eine Belastung. Für den manchen mehr, für den anderen weniger. Ich glaube, bei jedem hat sich der Alltag irgendwie mindestens ein bisschen verändert. Bei vielen kommen echt noch existenzielle und finanzielle Ängste dazu und fragen, wie es weitergeht. Und all das gehört ja irgendwie auch zu dem, wie wir dieses Jahr Weihnachten feiern. Und da finde ich es gut zu sagen, wir gehen an Orte, die eben nicht die heimliche, idyllische Kirche sind, wo alles schön warm und mit Tannenbaumglitzer geschmückt ist, sondern zu sagen, wir gehen dahin, wo Weihnachten eigentlich stattfand. Also Jesus ist Mensch geworden, eben in einem Stall und nicht in einem Palast. Und hat damit gezeigt, dass bei allem, was irgendwie im Leben ist, auch wenn es schwer ist, dass das Teil des Lebens ist und dass er da ist und dadurch mitgeht. Und das, finde ich, wird in so einem Gottesdienst an einem Ort, der erstmal alles andere als prunkvoll ist, sondern auf das reduziert ist, wo eigentlich Weihnachten stattfand, nochmal richtig deutlich. Ja, das ist ein super Gedanke dahinter. Das ist das eine, so diese Kulisse, die Umgebung. Das andere ist aber eben auch, dass Jesus in eine Welt gekommen ist, die war dunkel und zerrissen. Und auch in den Jahren danach war das natürlich so. Es war nicht immer so wie heute. Aber vieles davon erleben wir auch in diesen Tagen jetzt gerade, nur auf einer etwas anderen Ebene. Aber trotzdem passt es ja irgendwie zur Weihnachtsbotschaft. Genau. Es passt nochmal gut in das, irgendwie ist es dunkel und es sind viele Fragen und Unsicherheiten. Und genau da ist aber eben auch Weihnachten, auch in diesem Dunkel. Meinst du, Kirchen haben in dieser Zeit eine besondere Verantwortung, Menschen Mut zu machen und irgendwie auch auf ihre Sorgen und Nöte nochmal ganz explizit einzugehen? Ich glaube schon. Also ich glaube, dass es nicht darum geht, hoffnungsvoll darüber zu erzählen, dass alles gut ist. Das ist es halt bei vielen gerade nicht. Aber das als Kirche wahrzunehmen und trotzdem anzubieten, dass Menschen nicht alleine unterwegs sind, das ist, glaube ich, wirklich eine zentrale Aufgabe, die wir haben und der wir nachkommen sollen. Und da kann auch der Weihnachtsgottesdienst quasi so am Ende des Jahres auch nochmal eine ganz besondere Rolle einnehmen, nämlich im Sinne von irgendwie so ein Hoffnungszeichen in dieser Zeit setzen. Das ist irgendwie eine besondere Verantwortung, die Kirche da tatsächlich hat. Das finde ich auch. Du hast gerade gesagt, ihr habt euch im Seelsorgeteam in Bocholt auch schon zusammengesetzt und habt ganz praktisch überlegt, wie kann das dieses Jahr im Advent und an Weihnachten funktionieren. Habt ihr euch auch Gedanken darüber gemacht oder erst mal gefragt, was brauchen Menschen in dieser Zeit, in diesem Jahr jetzt ganz besonders und zu welchem Ergebnis seid ihr dann gekommen? Ja, klar, das war so die Ausgangsfrage und da haben wir sehr schnell gemerkt, dass da eine Riesenspanne ist. Also es gibt halt die Menschen, die jetzt aus welchen Gründen auch immer alleine zu Hause sind, dazu noch im Homeoffice und abends nicht rausgehen können. Die brauchen, glaube ich, nochmal was ganz anderes als Menschen, die in ihrer Familie mit ihren vier Kindern oder so gerade zusammenhängen, zu wenig Raum haben und sich gefühlt mittlerweile auf die Nerven gehen. Also ich glaube, da kommen Menschen mit ganz unterschiedlichen Situationen in ihrem Leben, aber was halt das verbindet, was wir als Kirche haben, ist, dass Weihnachten ganz viel mit Gefühl zu tun hat und wie du eben sagtest, was Hoffnungsvolles einfach ist. Und ich glaube, das tut gerade allen Leuten in jeder Situation gut, dass man sich so ein bisschen an das Schöne erinnert, wie Weihnachten so ist und das ist was fürs Herz und fürs Gefühl und ich gehe mit einem guten Gefühl und einer frohen Botschaft im besten Falle da durch die Zeit. Und wie erlebst du das bei Schülern oder Schülerinnen und Schülern? Da bist du ja besonders nah dran. Macht das was mit denen? Oder die Aussicht darauf, dass sie vielleicht an Weihnachten nicht alle Cousins und Cousinen treffen können, Freunde, sowas? Ja, ich glaube schon, dass das bei manchen echt so das Gefühl ist von ich kann im Moment eh nur sehr beschränkt dem nachgehen, was mir Freude macht, sei es Fußball spielen oder ins Kino gehen. Und dann hänge ich noch immer mit meinen kleinen Geschwistern zusammen und werde die nicht los und jetzt ist das Weihnachten noch so, dass ich nicht meine Cousins sehen kann, mit denen ich sonst irgendwie nochmal auf der Playstation zocke oder irgendwie nochmal draußen ein bisschen kicke oder so. Ich glaube schon, dass auch Schülerinnen und Schüler sehr damit beschäftigt sind, wie Weihnachten gehen kann und da auch noch vor einer Herausforderung stehen. Ich glaube, das trifft auch besonders wirklich auch junge Leute, sage ich mal so. Da zähle ich mich jetzt auch selbst noch zu, weil wenn ich jetzt daran denke, ich komme aus Borgen und da ist Weihnachten ja auch mit sehr viel Tradition verbunden, mit Bräuchen. Du kennst ja selbst, du kommst aus Bocholt, glaube ich. Genau. Das ist ja so dieselbe Ecke und das fängt irgendwie damit an, dass die Pfarrei nach der Christmette alle einlädt, einfach nochmal auf Weihnachten anzustoßen. Sowas wird nicht stattfinden. Dann gibt es bei uns ja die Tradition oder den Brauch von Stephanus Steinigen am Gedenktag des Heiligen Stephanus am zweiten Weihnachtstag. Auch das ist eine Möglichkeit, dass da nochmal alle zusammenkommen, die sonst nicht mehr in der Stadt wohnen, aber eben der Freundeskreis sich da trifft. All das wird es dieses Jahr nicht geben in der Form. Und ich glaube, ja, vielleicht ist das auch irgendwie, müssen wir nochmal einen Weg suchen, zu gucken, dass wir nicht nur sehen, was alles nicht geht oder auf was wir verzichten müssen, sondern auch als katholische Kirche, wie wir das machen können und dass wir das dieses Jahr so machen. Also ich gebe dir recht, das ist irgendwie viel, wo man erst denkt, oder muss ich darauf verzichten? Und mir fällt es persönlich auch wirklich schwer, gerade diese Begegnung und dieses Zwischenmenschliche. Also ich bin in die Seelsorge gegangen, weil ich wirklich gerne mit Menschen zu tun habe. und es ist anders, aber es ist trotzdem gut und es gibt Möglichkeiten. Also ich glaube, da entsteht das ein oder andere als Ersatz, der gar nicht der schlechteste ist. Ich habe irgendwie gehört, dass es Gemeinden gibt, die zum Beispiel Sekt oder Weindosen rausgeben wollen nach der Christmette und die Leute mit nach Hause nehmen können, als Einladung zu Hause nochmal auf Weihnachten anzustoßen. Und es wollten wir jetzt, oder es ist zumindest eine Überlegung bei diesem Jugendgottesdienst, den wir im Autokino planen, eben angelehnt an Stephanus steinigen, ein Wegbier mitzugeben, damit irgendwie diese Tradition nicht ganz abbricht und dann so eine Fotokollage gesammelt wird, zum Beispiel schick uns ein Selfie, wo du mit wem dein Wegbier trinkst oder sowas, damit zumindest noch das Gefühl von, was heißt noch das Gefühl, dass zumindest ein Gefühl von irgendwie feiern wir doch alle gemeinsam entsteht, wenn auch in einer anderen Form als sonst. Das ist eine super Idee. Das kann klappen. Es kann natürlich auch alles eine Chance sein, in dem Sinne, dass man vielleicht auch einfach mehr Zeit hat, jetzt ja auch gerade schon für sich selbst oder auch für die Familie eben mit den Menschen, mit denen man Zeit verbringt. Auch das kann ja eine Chance sein, dass man sich mehr mit sich selbst auseinandersetzt, vielleicht nochmal irgendwie entdeckt. Also das kann auch so sein. Vielleicht zum Schluss nochmal so gefragt, also Weihnachten ist ja so ein bisschen das Fest der Liebe, der Nächstenliebe auch. Das ist ja viel mit Nähe verbunden. Jetzt gilt aber in diesem Advent- und Weihnachtszeit ja genau das Gegenteil. Abstand, Abstand, Abstand. Das ist immer so die Devise. Wie viel Abstand verträgt die Weihnachtsbotschaft? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass die Weihnachtsbotschaft durch dieses Abstandsgebot schon, das muss man ehrlich sagen, an ihre Grenzen kommen. Wenn ich mir vorstelle, Oma ist im Altenheim und eigentlich darf ich sie nicht besuchen, weiß aber, dass sie alleine ist. Natürlich ist mein erster Instinkt, ich gehe da hin. Und gerade an Weihnachten, wo wir sagen, Gott ist Mensch geworden, weil er den Menschen nahe sein will und wir können uns als Menschen gerade nicht nahe sein, hat es eine Schieflage. Und das kann man, glaube ich, auch nicht wegreden. Das möchte ich auch gar nicht versuchen. Aber trotzdem die Einladung zu sagen, ja, aber es gibt Möglichkeiten. Und wenn es das Telefonat ist, das ersetzt es nicht zu 100 Prozent, aber es wird wieder anders und dann ist es jetzt so. Nächsten Liebe kann also auch andere Formen haben. Die müssen wir einfach entdecken und kreativ werden. Was versuchst du als Sinnfluencerin deinen Followern, sage ich mal, in dieser Zeit mit auf den Weg zu geben? Also in diesen Tagen, die jetzt auch so vor uns liegen? Ich versuche das in diesen Tagen, wie ich es immer versuche, weil das einfach ein bisschen mehr naturell ist, mit einem Augenzwinkern und gerne auch ein bisschen Humor, auch auf Advent und Weihnachten zu gucken. Und vor allem das Positive in den Blick zu stellen. Und natürlich passiert es auch mal, weil du am Anfang sagtest, ich positioniere mich auch zu kritischen Themen. Auch im Advent wird es bestimmt mehr Themen geben, die mich aufregen und dazu werde ich auch was schreiben. Aber grundsätzlich ist es so, meine Haltung davon wegzukommen, zu sagen, wir können ja nicht, sondern nur, das finde ich irgendwie schräg. Ich würde einfach sagen, wir können ganz viel und das können wir positiv und mit Motivation tun, weil das, was wir zu erzählen haben, auch was ich gerne erzählen möchte, ist einfach wichtig und die frohe Botschaft und die da froh rüberkommen. Super. Ich danke dir, dass du heute da warst und uns so einen Einblick gegeben hast und auch mit überlegt hast, wie kann das dieses Jahr gehen? Vielleicht für den einen oder anderen auch noch mal eine Anregung gegeben hast. Ich wünsche dir eine schöne, besinnliche Adventszeit. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Das war Sonja Stratmann. Sie ist Influencerin des Bistums, gibt also bei Instagram und Facebook einen Einblick in ihren Alltag als Pastoralreferentin und Schulseelsorgerin. Und sie hat mit mir darüber gesprochen, wie wir in diesem besonderen Jahr Advent und Weihnachten feiern können. Nicht immer nur sagen, auf was wir verzichten müssen, was nicht geht, sondern einfach machen, Alternativen suchen, kreativ werden, auch als Verein. Denn die Weihnachtsgotschaft ist da, bleibt da und ist vielleicht sogar wichtiger denn je. Das hat uns Sonja mit auf den Weg gegeben. Was ist mir im Advent und an Weihnachten eigentlich wirklich wichtig? Was stelle ich ganz persönlich in den Vordergrund? Stefan Orth, pastoraler Mitarbeiter in der Pfarrei St. Lamberti in Münster, hat sich mit diesen Fragen beschäftigt. Für ihn hält Weihnachten nicht nur in diesem Jahr so manche Überraschung bereit. Stefan Orth mit dem Gedanken zum Mitnehmen. Ein guter Schluck Glühwein, duftende Bratäpfel, gebrannte Mandeln, Blaskapellen spielen Weihnachtslieder und trotz der Kälte kurzer Tage so viele ungeplante Begegnungen. An den leuchtenden Buden ist es wie jedes Jahr viel zu voll. Gerade das macht die Geborgenheit der Advents- und Weihnachtszeit aus. Das Dichte, das Einnehmende. Ein Strom, in den du dich nur stürzen musst. Dieses Jahr ist alles anders. Keine Weihnachtsmärkte, keine Menschenmengen, kein gemeinsamer Absacker nach der Arbeit. Kontaktbeschränkung, Mundschutz, Abstand. Du hattest dich so drauf gefreut und dann dieses Virus. Klein, unscheinbar und alles bestimmt. Ein gutes Bett, ein Dach über dem Kopf, saubere Tücher, warmes Wasser, Menschen, die dir helfen und für dich da sind. Trotz der Anstrengung und der Schmerzen der Geburt, die dich wortwörtlich zerreißen, bist du nicht allein. Die Umstände passen. Alles ist gut. Wer sich fernab des Nordpols und der Cola-Werbung mit der Weihnachtsgeschichte auseinandersetzt, denkt sich, heftig. Eine hochschwangere Frau und kein Krankenhaus, keine Hebamme, kein Kreißsaal, kein Kinderbett. Komplett auf sich gestellt, im Stall, ohne große Lichterkette, ohne viel Lametta und das Kind in einer Futterkrippe. Dennoch klein, unscheinbar und alles bestimmt. Es ist die Zeit der Überraschung, ob heute oder vor 2000 Jahren. Jeden Tag ein neues Türchen im großen Adventskalender der Leben heißt. Jeden Tag ein Erlebnis, ob du willst oder eben auch nicht. Ob mit oder ohne Weihnachtsmarkt und Glühwein. Das Leben, wie wir es kannten, von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Das bietet große Chancen, kann aber auch wehtun. Es bleibt spannend. Hört sich erst einmal gut an, hat aber einen Haken. Überraschungen kann man nicht erklären. Überraschungen muss man erleben. Sie müssen dich da packen, wo du gerade bist. Sie müssen dich rausreißen aus dem Alltäglichen. Überraschungen provozieren. So oder so. Es stellt sich also die Frage, worum es wirklich geht. Geht es um Weihnachten oder um sein Erscheinungsbild? Geht es um die Botschaft oder darum, es so zu machen, wie man immer schon gemacht hat? Geht es wirklich ums Miteinander oder geht es nur um dich selbst? Kalkulierbares und starres Fest oder echte Überraschung? Schon die kleinsten Dinge bewegen die ganze Welt. Es liegt an dir, in welche Richtung? Du hast die Wahl. Das war's für heute von Kannste glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christin Ladermann und ich hoffe, dass wir euch vielleicht so ein bisschen in Adventsstimmung bringen konnten, falls das noch nicht der Fall war. Tatsächlich war das nicht die letzte Podcast-Folge vor Weihnachten, sondern unser Bischof, Dr. Felix Gen, wird beim nächsten Mal hier unser Gast sein und erzählen, wie das Jahr für ihn so war, wie er das erlebt hat. Vorausgesetzt natürlich, es kommt uns Corona oder Quarantänemäßig nichts dazwischen. Das weiß man in dieser Zeit ja leider nie so genau. Wenn ihr das und mehr nicht verpassen wollt, abonniert uns einfach überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Podcaster.de, iTunes, Deezer oder auch auf unserer Homepage www.kanzte-glauben.de findet ihr alle Folgen. Ich wünsche euch erstmal eine schöne und besinnliche Adventszeit und freue mich aufs nächste Mal.